Wie viele Tiere hier rumlaufen. Hast du vielleicht die Tier-Spawn-Rate hochgedreht? Nein. Oh, ich kann mir jetzt Ledertiefe holen, hier sind ganz... Alter, sind hier viele Viecher! Ich hab nichts hochgedreht, also nicht von den Tieren. Cow-Tripper, yay! Hier sind irgendwie grad 20 Hühnchen oder so auf einer Stelle. Und Kühe und Schafe und Schweine und alles. Bist im Paradies. Im Tier-Radies. Ja, Radieschen. Ich hab einfach mein schönes Eisenschwert an den ganzen Tieren kaputt. Es war ja auch so teuer herzustellen. Zwei Eisen und ein Level. So. So, wir können den nächsten Gold-Apfel machen. Jawoll. Osaft, oder? Ja, Osaft hat dann wieder 12 Leben. A Creeper in der Mine, oh Gott! Oh, den Bastard krall ich mir. Tod. Oh Gott. Nein, wenn er tot wäre, würden wir es sehen. Ja, stimmt. Oh Gott, diese Höhlenmusik ist gruselig. Diese Höhlenmusik? Ach, mal da, da liegen Sticks rum. Ja, da war grad eben der Creeper. Beim Stick? Hast du vorher schreckt den Stick weggebrochen? Nein, ich hab den Stick gegen Scunpowder ausgewechselt, weil der immer in der Tafel war. Achso, okay. Ich hab den jetzt aufgehoben. Ja, schön. Dann bewahr mal meinen Stock auf. Ja. Ja. Ich hab schon 32 rohe Hähnchen. Wir haben sechs Emeralds, damit können wir bestimmt was arbeiten. Hey, da ist ne Schlucht! Was passiert, wenn ich denn da reinfalle? Wir haben übrigens 16 Diamanten. Das ist schön. Und zu viel Redstone. Ja, lass mich mal Diamanten-Spitzhacke. Dingsbum, so ein Dier-Schwert. Dier-Schwerter und Dier-Spitzhacken. Ach, Dado und Somme, ihr könnt euch noch einen Helm oder ein paar Schuhe machen. Nein, erst Schwerte und Spitzhacken für alle. Warum? Achso. Dann mach ich mir mal so ein altes Schwert. Ich hab keine Ahnung, wo unser Haus ist. Hm, ich find's schon nirgendwo. Ich weiß, Maudat, du hast die Koordinaten, aber ich find's schon. Oh oh, ich werd vom Sklett beschossen. Oh Gott. Ursache, nein! Oh Gott. Nein! Oh Gott. Wo bist du? In irgendeiner Höhle? Alter, du bist alleine in der Höhle. Alter, du bist alleine in der Höhle. Das ist Maudatou gerade, oder? Ja, das ist Maudatou. Bis zur Nacht. Besuch der Palme, ich geh wieder hoch. Ne, Moment, das sollte ich... Okay, das sollte ich doch machen. Da ist er wieder rot. Okay, Maudatou, wo ist der nächste Goldapfel? Wo bist du? War das nicht schon immer so, dass Osaft immer ein Dick-Danker kassiert hat? Ja. Nein, nein, nein. Einmal was Galaxus. Ach, ja, stimmt. Alter, mein Handy will Saft. Ah. Boah, ich hab's überlebt. Muss ich. Boah. Jetzt... Och. Vorher haben wir ein Item-Frame. Weiß ich auch nicht. Ich hab das, glaub ich, gemacht gehabt. Warum hast du ein Item-Frame gemacht? Weil ich das eigentlich über mein Bett hängen wollte, wo ich meinen Kuchen... Da wollte ich eigentlich meinen Kuchen reinhängen. Hä? Das Item-Frame ist bei mir unsichtbar, wenn ich's aufhänge. Okay. Ach, ich glaub das liegt am Shader. Da war was. Du hast ein Item-Frame im Item-Frame? Hä? Ich hab nur ein Item-Frame. Kann ich gar nicht machen. Hä? Das war ein Item-Frame im Item-Frame. Hä? Ich hab nur einen. Könnt ihr nochmal hinhängen? Ja, ich kann zwei hinhängen. Ja, ich kann zwei hinhängen. Und da kann ich jetzt... Nee, ich wollte da... Da wollte ich jetzt... Cool. Hä? Woher haben wir jetzt zwei? Da hing schon eins an der Stelle, wo du's hingehängt hast. Ach so! Ich seh die nicht. Mein Shader macht die Item-Frames und Bilder unsichtbar. Ja gut. Osa, wo bist du? Ich bin gleich wieder da. Ach. Toll. Lohn. Hier, guck mal. Ein Gold-Apfel. Wohl. Ich hab sechs... Okay, wir... Ich hab ein bisschen Zeug zum Braten. Hier, mal da deine Werkbahnen. Großart, frisst wieder unsere Goldäpfel auf. Irgendwie wollt ihr die doch wohl loswerden. Wirst wir wieder fünf haben. Oh, oh. Jetzt hat er wieder... Jetzt sind wir wieder am... Am Anfang der Aufnahme. Doch, wieder alles am Anfang. Hat er zehn. Hat er am Anfang zehn? Ja. Nee, er hatte schon am Anfang mehr, oder? Nee, zehn. Nee, er hatte zehn. Nee, er hatte zehn. Ja, stimmt. Das ist ein Glückwunsch. Jo. Danke. So, essen Brät hier fleißig. 16 Schweinefleisch und 32 Hähnchen. Ich hab immer noch meine Karotten. Wie stellt man was aus Quarz her? Hab ich noch nie gemacht. Blöcke kann man da... Einschmelzen, oder? Einschmelzen? Ach Gott, Maudaudi, ist ein Zombie in deinem Gang. In meinem... Achso, in meinem... Random Gang. Ja. Steko. Yay. Ja, bau den zu. Ich hab den getötet. Mit Tf, wie viele kannst du denn daraus bauen? Er hat ein bisschen was abgebaut. Schlafenszeit! Da war ich doch wohl für die Treppe. Ey, du hast den Block! Nicht doch jetzt schon. Du hast den Block aufgehoben. Ja, ein Block war eh von mir. Also bitte. Noch zehn Minuten. Boah, doch Treppe machen. Noch zehn Minuten, dann ist schon wieder Tag. Tag. Und nicht fünf Minuten, dann ist Tag. So, ich lieg im Bett. Oder waren's zehn? Ich hoffe, mich tötet hier nix. Ich hoffe, es ist draußen wieder eine Spinne gespawnt. Ich esse jetzt mal einen Ami-Chelli, bis ihr im Bett liegt. Ich lieg im Bett. Ami-Chelli. Dann esse ich jetzt Geräuschvoll-Chips. Ami-Chelli sind voll geil. Ach, ich glaub ich weiß, was das waren. So, umbruchst mein Bett. Tommy, kannst du mir doch einen Quarz-Block zuwerfen? Quark-Block. Quark-Block. Wieso lag eine Werkbank vor unserem Haus? Die hat weggeworfen, weil ich keinen Platz in meinem Inventar hatte. Da wirft er schon Werkbänke rum. Ja, die wertvollen Werkbänke. Vor unserem Haus treibt dich ein Skelett rum. Schwimmt grad im Wasser. Ich kann das. Ich töte da. Nein! Bleibt Osaf! Nein, als ob ich das angreifen würde. Noch mal ein Goldapfel für Osaf. Da ist grad ein Enderman hier durch die Gegend geflogen. Oh, oh, oh! Komm rein, Osaf, komm rein! Ich hab Angst, er knurrt! Er knurrt! Was? Alter, wenn er knurrt... Er hat sich aber gerade ewig weit weg teleportiert eigentlich. Nee, aber er hat geknurrt. Der Raum hier ist 3 hoch, das heißt er kann hier rein. Alter, Osaf! Der Enderman ist hier auch so gut wie tot. Ja klar, Endermänner machen massig Schaden. Ja, vor allem auf Hard. Aber wir spielen auf Hard. Nee, ich glaub, wir spielen auch normal, oder? Ja, natürlich. Nee, wir spielen auf Hard. Ich will mich nicht mehr zum Tod verholen. Nee, aber die Zombies machen doch gar nicht so viel Schaden. Auf Hard machen die Zombies doch ohne Rüstung vier Schaden oder so. Nee, wir haben aber ne Rüstung. Weil ich wurde noch nicht vom Zombie gehauen, also... Ich auch nicht. Oder der Skelett macht doch auch schon so viel Schaden normalerweise. Ja, wir haben ne Rüstung mit Protection. Ja, aber ohne Rüstung hatte ich da auch nur irgendwie einen Herz Schaden vom Skelett bekommen oder so. Einbildung. Ja. Mein Inventar ist ständig voll. Ohhhh. Jetzt war auch mal mean. Ich hab nichts besseres zu tun. Ich will nur kack Gold finden, Mann. Ich find die ganze Zeit Gold. Aber es wird dann immer wieder verbraucht. Ja. Von wem denn? Obwohl, ich hab hier noch ein paar Kocks, die ich hier in den Kockkäfig werfen kann. Was passiert denn, wenn mein Nether-Rack brennt? Weiß ich nicht. Ach, Nether-Ziegel kommen da raus. Okay. Da wollte ich doch sagen. Oh Gott. Eins. Drei. Drei. Vier. Fünf. Sechs, sieben, acht. Geil. Acht Gold. Und ein Emerald. Die Hühnerfarm, sie geht gut voran. Dann geh mir jetzt ins Plus. Endlich. Endlich. So. Oserf, was machst du? Willst du alle Treppen so austauschen? Nein. So viel Quarz haben wir doch gar nicht. Quarz mit Soße. Echt mal. Hat jeder jetzt... Hä? Wo ist denn das ganze Essen hin? Ist das alles schon fertig gebraten? Ja, ich hab das in meinem Inventar. Achso. Ich hab'n Dier Schwert. Dier Schwert und Dier Axt. Äh, Pickaxe. Achso, wir haben auch so viele Dier. Achso, wir haben auch so viele Dier. Ja, Pickaxe hab ich noch nicht. Mach mir grad dann beide. Äh, Oserf, gib mir auch mal die, äh, fünf. Fünf Dias brauch ich für beides. Das sind sieben. Ja, ich hab' dir grad nur die Hälfte gegeben. Achso. Stöcke hast du auch ge... Nein, das sind Stöcke. Okay. Wunderbar, dann... So. So. Zack. Und so. So, so, so. Pam. Beides noch verzaubern. Richtig. Schwert, Level 1 Verzauberung, Scharpnis. So. Spitzhacke. Wie viel Leder haben wir? Was ist denn das höchste Level, was man ohne Bücherregal hinkriegt? Och, Gold. Eins, zwei. Acht. Okay, ich hab' acht Level reingehauen. Unbreaking eins. Fünf Gold hab' ich noch mal gefunden. Äh, ein Gold hab' ich noch im Inventar. Okay. Voll die Ritsches. Wie viel Äpfel haben wir noch? Fünf, glaub' ich. ETF? Okay. Achso. Äh... Vier, Maudador. Vier in der Kiste. Im Inventar hab' ich keine Ahnung. Ich verstehe euer Abbausystem nicht. Ich auch nicht. Ich bau' einfach und vier ab. Ich fahr' einfach grade aus. Dann bau' ich mal rückwärts. Ich bau' immer da so im Maudados Gang so in die Seite rein. Irgendwelche Gänge. Ja. Ich bin übrigens, äh, begnadeter in Lava-Sterber, was Minen angeht. Deswegen hab' ich mich eigentlich hauptsächlich schon... Einfach nie Blöcke abbauen, auf denen du draufstehst. Das war's schon. Glaubst du? Ja. Und Blöcke über. Also ganz ehrlich, wenn ich... Wenn ich Minen bin, dann... Ich min schon immer geduckt extra. Näääh. Dann hat mir sowas nicht passiert. Das ist ja kacke. Vier ist du faul für. Da müssen wir ja eben. Ja, die ganze Zeit Shift halten. Ohohoho. Ja? Wenn man das so langsam... Ohohoho. Ja, Wetef, du kommst eh nicht schneller voran, wenn du Minenst. Also. Nun? Oh, ich will dieses schnelle Gefühl nach rechts und links haben wir nicht. Ich hab' Diamanten gefunden. Nein. Hurra. Ich will aber Gold finden. Das Gefühl kenn' ich nicht, also. Welches? Doch. Wir wollen alle Gold finden. Hallo. Hallo, Marado. Geh weg mit deiner Spitzhacke. Und deinem Schwert. Solltet ihr nicht schon Level 30 oder sowas sein? 1, 20. 3, 1. Ich hab' hier noch Level in die Rüstung gesteckt. Noch ein... Mit der F? Wie viele Smarag... Ne, Smarag... Wie heißen die eben? Hammerals? Ja. Hammerals und Smaragd sind dasselbe. Wenn die Dinger immer Smaragde. Einfach ewig lang grade ausgraben. Okay, ich hab' nicht grad... Meine sind gleich ausgegangen. Ich hab' noch eine. Ich hab' noch sieben. Telefon. Bei mir, ja. Normal. OSAFs Büro. Ja, ja. Ich hab' ja gesehen. Hat drei Telefone im Zimmer. Warte. Drei Stück? Au! Was ist passiert? Na, na, du! Ah! Silberfische. Silberfische. Merkt man, wenn die... Wenn die Dings... Warte. Die spawnen... Wo war der? Oh Gott, ich hör' noch. Oh Gott, das macht Geräusche. Ach. Hier ist der Silberfisch. Ach so, bei Schlingel. Okay, warte. Die Blöcke, die langsamer zum Abbauen gehen, da sind Silberfische drin. Machen wir erstmal hier in zwei tiefen Graben, dann kommen sie nicht direkt an uns dran. Yay. Wenn... Welche? Das sind noch mehr, OSAF, deswegen. Da guck, da kommt gleich einer raus. Achtung. Hier. Jetzt mit der Faust erschlagen. Dann spawnen alle. Ja, genau. Ja, ja, dann... Wir haben hier ne Grube gebaut. So. Ich hör' Wasser. Und für... Ach guck, da kommt der Nächste. Es ist gut, wenn ich bei Minen Wasser höre. Naja. Die hat mir jetzt grad Schaden gemacht, Maudado. Ich hab' dich gehauen. Achso. Na dann. Ah, da dürfte noch mehr sein. Maudado führt immer noch mit dem... Wir müssen Maudado schlagen. Ja. Ja, du schubst mich am besten in die Grube zu diesem Viech. Ja. Ich tue so, als wäre das so ein 10 Meter großes Monster. Ja, wie der Elf, die machen Schaden. Machen Schaden ganz viel. Ja. Ja. Ja, du sagst warum baust du mit Quarztreppen? Ich hab' die Räume da. Ich will die noch dran. Warte, vorsichtig. Vorsichtig. Diese könnten noch überall welche sein. Die baut mal... Die brauchen länger zum abbauen. Oder du machst mir echt Angst. Oh, da sind Diamanten. Oh. Wow. Darf ich Blöcke über mir abbauen? Oh, ich hab' Diamanten. Vorsichtig. Eins, zwei, drei, vier. Fünf Diamanten. Ich war in Minecraft noch nie so enttäuscht, wenn ich Diamanten gewinne. Ja, ich auch richtig. Sind voll häufig mittlerweile die Diamanten. Eigentlich nicht. Am Anfang wollten wir unbedingt welche, da haben wir keine gefunden. Wollten wir. Ja, aber ich find' das ist... Man hat so schnell die Diamanten erreicht. Das ist das anstrebenswerte, wenn man Minecraft ganz normal spielt, schon weg. Ich hab' ich find' jetzt schon hier zum zweiten Mal Diamanten. In kürzester Zeit. Und das sind eins, zwei, drei, vier, fünf... Gold! Nein, sechs Stück sind's sogar. Gold! Ja, aber Gold... Gold hab' ich auch erst zweimal gefunden. Ja. Gold. Das ist wertvolle Metall. Ja, aber es ist ja auch in normalen Minecraft. Und Pikmin-Truppen, Gold-Nuggets oder Barren? Ja, Nuggets. Nuggets. Super. Nuggets. Jetzt noch schicken, MacNuggets. Kann man ja auch eine Million töten. Jaja, Schlingel Premium, hast ja heut' gesehen. Jaja. Viele Gold-Nuggets braucht man für'n Barren. Viele. Neun. Oder so. Gut. 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 Gut.